Haarentfernung Das rotierende Schleifpad entfernt in Minuten schnelle, großflächig unerwünschte Haare. Sanft und völlig schmerzfrei. Sie brauchen kein Wasser, keine Cremes oder andere Hilfsmittel. Das feinkörnige Schleifpad entfernt alle Haare zuverlässig und sorgt gleichzeitig für ein sanftes Peeling. Die Haut fühlt sich anschließend samtweich und streichelt zart an. Wachse- und Enthaarungscremes greifen erst, wenn hässliche Stoppeln unansehnlich nachgewachsen sind. Nur mit dem Hüders Haarentferner können Sie jederzeit selbst kürzeste Härchen schmerzlos entfernen. Und das ohne Schnitte und eingewachsene Haare. Sie werden sehen, es macht sogar Spaß. Die Rotation entspannt müde Beine ganz wie eine sanfte Streifenmassage. Der Hüders rotierende Haarentferner entfernt auch schon die Haare unter den Achseln. Ganz bequem und jederzeit zu Hause. Hüders rotierende Haarentferner. Das Haarentfernungssystem für einen traumhaft selbstbewussten und immer perfekten Auftritt. Der Hüders rotierende Haarentferner ist komplett mit Netzteil und drei Schleifpads. Hüders rotierende Haarentferner. Für Haut so zart wie...